Willkommen im 16. Türchen! Hallo, hallo ihr Lieben! Hallo, 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 hallo! Ähm, ja, ihr habt schon geglaubt, ihr seid dieses Jahr verschont. Aber das kommt ja gar nicht in meine Weihnachtstüte. Wir haben wirklich richtig lange gesucht, um ein neues Spaßlevel aufzutun. Und das hier macht uns Spaß und ist gemein! Also, es ist wirklich richtig cool, wir haben stundenlang damit gespielt. Ähm, sammelt so viele Punkte wie möglich in dem verlinkten Drommelwirbel, Weihnachtsmajong! Juhu! Hab ich das richtig ausgesprochen? Äh, keine Ahnung. Okay, naja, Platz 1 bekommt 50 Karotaler, Platz 2 bekommt 25 Karotaler, Platz 3 bekommt 10 Karotaler. Und ich hab mir gedacht, es gibt diesmal Platz 4, der auch immer noch 5 Karotaler bekommt. Ja, ich bin voll nett! Ähm, sendet den Screenshot mit eurem Endergebnis auf Animax via ENS, wie immer an Yonotchi. Und Zeit dafür habt ihr bis... Wartet! Das Spiel macht so viel Spaß! Ihr müsst es länger spielen können. Hm... Hm, hm... Einzelne Schluss ist der 17.12.2020 um 11.59.59.59. Ja, ich glaub, das ist ganz cool. Hehe, dann könnt ihr ganz lange damit spielen und sagt mir, auf welchem Level-Gemeinheit ihr es fandet. Eins oder zehn? Mehr gibt's nicht. Zehn ist das Schlimmste. Okay, naja, das war's. Ich werd mal abhauen. Tschüss! Nö, 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 nö